Herzlich Willkommen zu einer neuen Nunde Age of Empires Hier mit mir Nautilus Gamer Oh, ich bin mit Holle, äh mit Flo, Lucas Amu und Wüstenhofen Team Ich bin gegen, oh shit, oh shit Ich bin gegen Musti, Dennis und Scarfer Shit Ja Oh mein Gott Durch die Aufnahme weg Oh man Ich glaub die Aufnahme wird lange nicht gehen Wenn ihr das seht Dann hat's doch funktioniert Wir haben einigermaßen hier was reißen können Kommt Jungs, bewegt euch Nein, ihr Schweine, ihr müsst hier What the fff What the fff Ja, ich spiel Holland Wir gehen mal, Schatze kunden her Gehen wir zum Tiger und den Schatze holen Jo Schieß mal Oh mein Gott, das leckt ein bisschen Oh wohl Der kann durch Nein Komm Roll Dann machen wir das upgrade schnell hier Äh, ja Dann Wtf Was mein Kundschafter Äh, schicke ich mir meinen Kundschafter Dann Speer los Äh, nehm ich ihn mal hier hin Da ist ein guter Schatz Hoffentlich Da ist auch ein Schatz Dann gehen wir mal Was eigenes Deck Oh ja Nehmen wir das One vs One Deck Ja, nehm wir das One vs One Deck Ja, nehm wir das One vs One Deck Schieß mir mal diese Herde zu uns hoch Ich glaube mir sie von Lukas Amour Äh, Lukas spielt die Franzosen Flo auch die Holländer Oh man Und wie ist man auf die Briten Dennis spielt die Deutschen Kommendisten die Japaner Und Skava die Franzosen Geil Was ist das denn? Ist das mein Affe oder was? Oh man, ich hab vergessen Siegler zu machen Ich glaub alle 12 Sekunden Kann ich die Herde vorschießen Zu meiner Base Dann gehen wir mal hier zum nächsten Schatz Vielleicht finden wir, oh, hier ist noch so ein sexy Schatz für mich 15 Siedler müssten reichen Kommt Jungs, wir brauchen Gold Oh, das war sehr nice, dass er gemacht hat hier Okay Mein letzter Siedler, dann reicht das Obwohl, scheiß drauf, wir brauchen keine 15 Agent Äh, mit 14 Dann schießen wir mal die Herde wieder zu mir Gut, schön Dann machen wir das weg Komm mal hier Ich mir mit 400 Olds Die schicken wir mal Adolf Olds Sammeln Oh scheiße Oh gut Keiner konnte mir den Schatz glauben Haha Das ist doch schön Oh hier ist auch noch ein guter Schatz Gehe ich da hin mal Was ist das denn Oh lol, da hat ein kleiner Äh 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 Affenami hier Lukas Sammour Ich geh mir mal hier hin Ich geh mir mal hier hin Schießen die Erde hier hin zu mir Oh, warte Oh, warte Wir brauchen schnelles Upgrade hier Das auch Obwohl, ne, brauchen wir nicht Ich bin Bevor ich jetzt im zweiten bin noch Oh mein Gott Oh mein Gott Das wird nix Scheiße mein Gott Nein, 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 weg 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 Hm Okay, haben wir das Spiel angehalten Was geht jetzt ab dort Ach kommt Jungs Punktemäßig sind wir alle gleich auf Außer Kommunistan Dort ein bisschen weniger Punkte WTF Was geht ab Komm Da ist Holz Holen wir uns das schnell Da Ja, wir sind alle im zweiten In meinem Team Außer Dennis und Scafa Aber die machen das schon irgendwie Okay Wir müssen noch warten leider Jetzt können wir Drehen wir das Gebäude hier ein Komm mit Komm mit Was brauch ich denn jetzt Komm mit Wir brauchen so einen Pikes Eine Kaserne Ich geh auf Infanterie Obwohl, jetzt müssten wir Ist auch Das haben wir Alles dann bauen wir mein haus noch für uns hier hat es steht mit den nacken ich habe die herde in die falsche richtung geschossen leider habe ich nicht genug nahrung geil ja jemand leckt hier ich weiß nicht ob das eine gute idee ist wenn wir jetzt gleich merken im laufe des spiels und man die löschen recht hart obwohl ich könnte ja traden auch idiot wenn es dort sind so ein scheiß drauf hoffentlich bin ich nicht der respekt das wäre nicht nice ah mist ich habe nur noch 5 Packers Sicherheit ich weiß nicht warum es laggt, oh Mist ich brauche Holz ich nehme mich mal schneller auf Holz, die Jungs die Läck sind echt nervig aber irgendwie fliegt auch keiner raus okay, Lukas hat eine Mühle gebaut, geil okay, das ist ein Moment, direkt ah okay meine güte ich konnte vier Pikes noch raus produzieren jetzt haben wir es doch, geht hier rein, das war auch Holz sammeln ich will die deutsche, der will sich unbedingt aus in Bosnien die Lecks sind echt gut dabei echt, die schmeißen den alle raus, what the fuck ja ok, wir wollen ja Gentleman sein und warten ich muss eh auf meine Uhr schauen aber wir haben 17 Uhr, ich kann noch Minimum noch eine Schnur spielen Flo freut sich schon bald bei wenn er jetzt nicht in 10 Sekunden kommt kommt er kommt nicht mehr, ich geh auch dicker los wir hätten uns so gefreut wenn du noch da wärst da ist ja noch eine Härte die schiss ich mal als er kommen kann ja 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 hmm lauter würde ich ihm auch raten schicken wir uns mal vor was schicke ich jetzt und dann holz upgrade ich schicke mir vier siedler na lor, ist gar wenn es das ist ich hätte nicht mehr mehr siedler obwohl ich könnte auch eins zuzugehen ok dennis ist auch im dritten wichtig ich muss unbedingt meine einheiten nicht schützen können und es sollten mir so viele plänke draufs hauen wie es geht was ist da, ahja wollen wir mal schnell eine kiesche dann haben wir das auch so eine kundschaft da steht ich muss schnell das upgrade durchmachen aber fuck ich habe das upgrade gar nicht gemacht aber das kommt jetzt geil holz upgrade noch machen wir die was heißt das das ist die flößerei dazu oh Ok Shit, ich brauch mir ein bisschen mehr Machen wir das schon, das Upgrade sein Ok, Flug kommt mit Karabinern Ok Ich glaub ich sollte ihm mal ein bisschen zu Hilfe eilen Ne, ich komm nicht mehr, ey was ist denn das? Trottel die Geilheiten Ja, juist Ich geh ja Ja, ok, Kommande, bleib versammeln Ich brauch mir drei Häuser noch Die werden mit den Affen wieder ein bisschen rummeiern Machen wir eine Schutz aus Mauern hier Ja 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 Gut Gut Dann machen wir noch Das noch dazu Das ist Mechanismus Ich weiß nicht ob das schon zu früh ist Ja Ja Frohes im Krieg Wir sollten schnell Flo zur Unterstützung kommen Hallo? Oh Leute, ich kann doch eine... Gehen wir uns Holz kaufen Dann abpumpen wir mehr raus wie es geht Da haben wir noch ein Holz Da haben wir noch ein Tester Oh shit Ähm... Machen wir ein paar Karabiner Ja, warum ich nicht Ah Da haben wir noch einen Stall Da wird rausgepumpt was geht Oh shit Oh shit Was wir unbedingt noch... Holz brauchen wir Ja Oh shit Shit ich bin noch mal Holz Ich bin noch nicht Nein, das ist... Fangen mal ab dann gehen wir mal schnell ins vierte dann haben wir uns die auch für die zwei fabriken ich zieh mal hoch mit der armee auch flo braucht unbedingt hilfe oh shit Was ist das? Die zwei Fabriken Oh scheiße, die haben Plankler viele Die zwei Fabriken Ich muss hier den Run machen Ich muss die Upgraden hier Ich muss hier den Run machen 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 Oh scheiße Ich muss hier den Run machen 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 Ich brauche unbedingt mehr Gold wir sind alle im vierten punktemäßig bin ich glaube ich oh mein gott kommis hat eine menge punkte und die tolpen abbreit noch dazu Ich glaube die Showdown-Battle wird hier sein Dann brauchen wir noch mal zwei Ställe Maschinen wir mal vor Okay, ich konnte es wegmachen Da müssen wir doch vorrücken Gehen wir mal mit der Armee hier hin Oh Gott Ich glaube nirgendwo ist meine Armee oder von mir Ich glaube ich sollte gleich ins fünfte Aachen Kommunisten was macht Äh Okay, ich hab keine Ahnung was er da macht Ja Ja Okay, klar Machen wir mal alles zu hier Ja 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 Die sind tot, seine Siedler. Oh scheiße, das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh scheiße, ich habe einige Siedler verloren. Okay, Dennis hat auch aufgegeben. Ich habe eine Menge Siedler verloren, scheiße. Oh, 14 Stück habe ich verloren. Shit, ich habe leider so viele Siedler verloren. Ich brauche ein Kapitol, muss ich noch bauen. Wer haben wir denn noch? Rot ist noch da, nein. Kommunistan ist noch da, ganz alleine. Unser Herr und Freund. Ja, töten wir mal den. Oh lol. Was hat er denn vor? Dann fange ich mal seine Kraft schnell ab hier. Ah, da kommt sie ja. Gehen wir mal, was machen wir jetzt? Ich brauche mal Kapitol. Dann habe ich das schon mal. Dann habe ich meine Ruhe. Gehen wir mal zu Kommunistan, der nicht aufgeben will. Ich könnte sein, weil ich ins Fünfte gegangen bin, dass sie aufgegeben haben. Oh mein Gott, ich habe eine Menge Punkte. Mehr als Flo, obwohl Flo hier die meiste Arbeit mit dem Militär gemacht hat. Ja. Spionage. Was kostet Spionage? 14.000? So viel? Das ist aber unnötig. Kaufen wir mal hier ein. 14.000? What? Kommen wir nochmal ein? Ich habe glaube ich das Trading echt kaputt gemacht. Man kann nicht mehr vernünftig auf dem Marktplatz raiden. Irgendwie. Oh man, die sind echt stark. Ich muss abhauen. Da haben wir sie mal in zwei Gruppen. Oh mein Gott, wie soll man die in zwei Gruppen aufteilen? Oh mein Gott, der hat eine Mauer gebaut. Der ist lustig. Da brauchen wir mal zwei Marktplätze, äh zwei Banken, keine Marktplätze. Dann schicke ich mal, äh wo sind meine Siedler hier? Schicke ich mal drei Siedler hier hin. Oh, gib doch auf Kommunistan, tu uns doch den Gefallen. Weißt du was, ich habe hier Pikes. Ich schicke ich alle hier hoch. Die Pikes können ja die Arbeit hier machen. Die Pikes können das da hier machen. Die gehen die Gebäude schneller down, als meine Plankler. Ich glaube ich müsste jetzt gleich wieder die ganzen Siedler haben. Ja, noch einen Siedler, dann hab ich alles. Kommen wir dann mal ein bisschen Hauptspannung ab. Hm, also gehen wir mal unsere Einheiten ab. Hinmeh, wir wollen doch ein bisschen nach rum. Ah, fuhh, wir holen wir mal Flo, ein bisschen Nahrung. ich brauche noch ein bisschen holz ich habe mich auf die Pikes, meine Lieblings ich habe mich auf die Pikes, meine Lieblings ich war mal Plankler das ist meine überhaupt meine Siedler sind die überhaupt angekommen ich habe drei Siedler hierher geschickt ne ich den gar nicht angekommen glaube ich mit dem Pferdeartiller die machte ihn schon dauernd noch eine halbe Stunde kann ich noch zocken es dauert schon ein bisschen zu lang das Spiel jetzt gerade ich schicke jetzt meine ganze Armee dorthin ich schicke jetzt mal die ganzen ja die zehn können hier hin hier lässt sich eine vier aber wohl scheiß drauf ja ich schicke jetzt mal die ganze ja 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 ok hm mal hier die Schneide kaputt die Nerven Ich glaube ich kann meine ganze Einheit lösen, obwohl Nahrung habe ich nicht so viel, obwohl ich kann ja die Dinger auf meine Fabriken auf Nahrung machen. Er will nicht aufgeben, echt. Gebt doch einfach auf. Lord, wo ist denn seine Base? Oh shit, er kommt. What? Wir müssen Kaff machen. Okay. Gehen wir eine Schlug. Was sind denn? Schauen wir mal nach weiteren, ah hier ist noch einer, Steinen Na ja ok, GG, jetzt ist es aber GG Davor war es auch GG, aber er war dann rausgezögert, rausgezögert, ist eigentlich tot Zum Glück habe ich jetzt nicht mal den ganzen Siedler getötet, sonst hätte ich das Problem mit der Echo Diese Pflaumenpfeile sind so stark Bist du? 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 Halt?! Das ist echt gut, guck mal wie wir uns Tino mit den Pettaten Hat er jetzt einen hattensatz hier, schaut euch die Pettaten an Oh mein Gott Da haben wir seine Steine auch kaputt Ja GG Ja ich muss nicht die Aufnahme löschen Hahaha Statistik Anzahl Dorfbewohner Anzahl Militär Oh shit Oh mein Gott Rohstoffe Urlaub Die meisten Rohstoffe Ich muss nicht malen Außer Minzen hatte ich mehr Militär 513 Oh mein Gott Achigarus Krass Scherfte Erfahrung Schätze Oh ich hab 5 Schätze Bis 0 Watt 4 Mustierte 3 Ok Dann würde ich mal sagen Dankeschön fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye Nautolust Geht Auf